Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 4Dry Haha, das ist dry, verstehst du? Ja, ich weiß aber schlecht, Mann Wat, 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 wie Taschendampe? Alter, Verwalter Jetzt schon Ich kann nicht schießen Ich will schießen, hallo Ja, hätte ich jetzt geschossen, ihm hätte ich genau ins Gesicht geschossen, Mann Oh, pscht, pscht What the fuck, Mann What's going on here Ich wollte dich nicht lauter drehen im TS, hab ich auch nicht geschafft, verdammt Hier, hier geht's ja auch Auch weiter? Achso, ja gut, dann Was für ein Vieh, Mann Schweine, Mann Ich hasse Schweine, die irgendwo aufgehangen sind Obwohl, die Keulen sind ja ganz, ganz geil, ne So Ja, es ist ja egal, ich, ich will Oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter Boah, hier hängen Menschen, Junge Boah, ih, Mann Sie sind abgezogen Die Gesichter Was sind Alter Habe ich eine Taschenlampe? Okay Was ist da? Na, kann man nicht Alter Was ist, was zur Hölle geht denn hier ab, Junge Die armen Schweine hier, du Alter Was ist hier passiert, ey Boah, die, die tropft sogar noch Boah So ein bisschen wie Einfach mal das ganze Magazin drauf Alter Diese Seele Alter, wie ich hier erstmal ein ganzes Magazin jetzt drauf geballert habe So Weiter geht's Oh, komm mal Was? Da war jemand Ich hab, ich hab's auch irgendwie gesehen, aber Ich seh immer nur so die Hälfte, Mann Das ist, äh Das Waschbecken leuchtet rot Warum, komm mal Oh, das ist eine Granate Ist sie Komm mal nicht Ah Ja Wollen wir da einfach nur durchgehen Warte, warte, ich denke Erklär mir was Äh, pass auf Ich nehm mal lieber die Baffe Alter, der kommt gleich genau hier runter, Mann Boah, ich hab Angst Ich hab richtig Angst Gerade Komm mal zu dir Ich hab hier Oh, da kommt man hin Ich geh mal rein da Oh, da oben ist noch einer Nee, komm, das kann ich auch mit einem Messer werfen, Alter Mit einem Messer werfen Ich kann schießen Ups Opa, Gangnam Style Scheiße, Mann Was geht hier ab, Mann Ja, dann darfst du nicht so vorrennen, Mann Scheiße, Mann Alter Es geht Ich glaub, wir müssen vorwärts Alter, ich hab dich doch gehabt, Mann Scheiße Hier explodiert alles, Junge Was ist denn das für ein Großmarkt, ey So Was ist denn das für ein scheiß Großmarkt, ey Wo alles explodiert, Junge Das ist doch scheiße Das sind immer Feuerlöscher, ihr Ratte Ey, ich hab die Ratte tot Ich hab die Ratte tot gemacht, Junge Pff Naja Er ist tot Nein, ist er nicht Jetzt ist er tot Ich meinte nicht den, Monsieur Ach, Quatsch Was machst du denn? Ich bin hier weitergegangen So, und bin ich runtergefallen, Junge Und jetzt bin ich wieder hoch So, wir müssen uns ducken Bo, Uzi ist ein geil, Junge Junge, geil, Junge Ich hab aber wenig Munition, deswegen Wenn ich gleich mal wechseln Lass dich mal wieder vor Damit die Leute was So Und das da Leck mich Ich muss mich hier mal anders hinsetzen Boah Ich geh gerade so wieder zu runter Scheiße So, jetzt müsste man mich besser sehen Ähm Ich hör was piepen Ja, ich auch Oder unten Die, die Der zieht sich da hoch Nicht mal lange, du Bitch Scheiße Explodiert der erstmal neben mir Was kommt da draus, wenn man nicht aufpasst Was geht denn hier ab, Junge Oua Jetzt hör doch mal auf hier Zu spawnen, man Ja, die spawnen hier direkt nicht mehr Oh, ein Raketenwerfer Ne, Quatsch, ein Schrot Ja, die kann man immer nehmen Zack Schrot, Alter Schrot Obwohl, hier ist direkt wieder Ja, hier ist direkt wieder Ich habe die Maschinengewehre Eigentlich lieber Obwohl das hier ein One-Hit ist, ne Ich nehme mal die Schrot mit Moment mal, wie Oder Ich könnte Naja, die Uzi hat mehr Schuss, aber Die ist besser vom Aim her Naja, egal Egal So, was haben wir hier so Ah Überall Blut, ey Überall Blut Waren wir hier nicht eben schon Erdbeermarmelade Erdbeermarmelade Ist ja Erdbeerzeit, ne Es ist ja Ich hatte ja letzte Woche zwei Erdbeerkuchen Fips, was hältst du davon Ich will Ach komm, komm, du kriegst doch gar nichts hin Du kriegst doch gar nichts hin Du hast doch einen Körper Ja, jetzt Ja Komm hier runter So Ja, dann Warte mal Hier war eine Waffe Ah da Jetzt habe ich die Uzi's nicht mehr, oder was Ja Ja, aber die Schrot ist doch Gut Mit einem One-Hit und so Falls wir mal irgendeinen Bossgegner haben Ja, aber Uzi Hast du jetzt mehr Munition Hast du jetzt mehr Munition Mach es mir doch nicht so schwierig, Mann Ich höre schon auf Oh Ah Ich gehe da drauf Oh War vielleicht nicht so gut Scheiße, Mann Was geht mit dem Vieh Und vor allen Dingen Warum die spawnt das immer instant Und warum ist dann Mobile aus Flatscreens Das und viel mehr Oh Ja, eine Junge, was geht Nein, bin ich nicht Pass ein bisschen auf, Mann Was geht denn hier Junge Junge Die stehen doch einfach auf einmal neben dir Wo kommen die alle her, Mann Hier ist bestimmt irgendwo ein Spawner Ja, ja, ja Ja, ja, ja So, hier komme ich auf eine Schrot Jetzt geht es richtig ab Warte mal, ich würde mal killen Na gut, auf Entfernung bringt das nichts, aber So ist geil So ist geil So ist geil So mag ich das So mag ich meine Gegner Tod und schnell So Echt jetzt Feuer frei Lass mal weitergehen Achso, äh, die brechen durch Ja, muss ich hier Taste What the fuck Sieht das Geil aus, Junge Ich will das Slow-Mosh machen So, jetzt hab ich auch endlich den Bach gehalten Hast du Ich will, äh Alter, was Oh, ich bin fast tot Ich bin tot Ey, das ist ja fast wie bei Left 4 Dead hier Warum ist das so schnell? Ach, das ist ja echt wie bei Left 4 Dead Dann hat man so eine Knarre, die unendlich Munition hat Echt? Ja Wenn man liegt Also das ist eigentlich ganz geil Lass du mal bein, ich will den Typen behalten Ja, ich, komm Los Wo müssen wir lang? Oh, ich bin so müde, Mann Echt? Irgendwie schon Ist doch die letzte Aufnahme Ich will das Kapitel nächstes Mal nicht nochmal neu starten Müssen wir doch nicht, oder? Schmerzenengroß Ja, ich glaube es ist Sinne Ups, was ist da los? Was ist da los? Die Explosion hat Ihnen bestimmt das Herrn verbrannt Andererseits zeigt Ihr Verhalten etwas, das ich bewundere Ihr Faible So schreibt mal Faible Oh Genau das abgeschlossen Ja 29 Minuten, eine halbe Stunde Wenn wir gut, wenn wir gut geschätzt haben, haben wir so 12, 15 Minuten, ein paar Zimmer, eh nicht, aber egal Gut, dann sehen wir uns Oh, ich bin müde, ich muss ins Bett, Junge Ist ja auch schon Wie spiel haben wir es eigentlich? 20 3 Uhr 20? Ja, 3 Uhr 20 Alter Warte mal Ich wundere mich, dass ich gerade so fit bin Obwohl ich kaum Energie getrunken Ja, ich irgendwie auch Was machst du sonst? So Da sagst du was So Ich habe noch gerade mein Telefon mal hier bedient Mein, 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 mein super Haustelefon Ah, naja Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme von 4 wieder Mit Facecam Hoffentlich Ich kann das ja noch nie Ich kann das ja nicht so genau sagen Also Ich habe ja noch keine Folge gerendert Und da muss ich mal schauen, ne Ah, ja, ihr wisst Bescheid Swag, YOLO Tschüss